Herzlich willkommen, liebe Weinfreunde. Wir sind hier im Weinhaus Holtensinn. Mein Name ist Philipp Bremer und ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Jahr. Und gleich zu Beginn haben wir uns was Besonderes ausgedacht für Sie. Kommt doch mal mit in unsere Lagerhalle. Hier in Holtensinn lagern über 1000 Weine und Virtuosen. Und was wir jetzt für euch haben, zu Beginn des Jahres, unser großer Lagerabverkauf. Denn wir machen Platz für den neuen Jahrgang. Viele Winzer haben schöne Sachen geerntet im letzten Jahr und wir machen Platz, dass wir Neues einlagern können. Und dazu gibt es ganz besondere Aktionen, tolle Sonderpreise, bis zu 25% Rabatt. Das ist unsere Karte, unsere Ankündigung dafür. Und wir freuen uns, Sie hier in Holtensinn in unserem Lager begrüßen zu können.